ja jetzt nehme ich auch auf hallo hallo herz willkommen ja jetzt habe ich sogar hallo gesagt aber das klug daran ist Basti seine Eltern erlauben ihm noch nicht mal seine ich weiß nicht ob sie ihm es erlauben seine Stimme im Internet preiszugehen lol ich finde das halt dumm man Menschen die Stimme ist es egal nicht mal ich zeige mich doch nicht es ist mir egal wenn sie mich sehen wir haben ein Projekt hat die mir Eisen Cloud ich habe 51 gehabt eine 50 Eisen sich laut die Kinder Eisen also noch ich habe ich habe schon ich mache mal zur Rüstung ich komme und ich bin ich ich kann auch unsere Eisen ja wir haben so viel Eisen ja ich gehe schon mal los und so gut tun wir können dann ja mach das mal in der Zeit mache ich uns eine komplette Eisenrausrüstung gut und wer und zwar werden wir wie gehen diese Personal Safety werden wir uns gleich machen ach die die verbrauchen würde ich jetzt nicht machen weil dafür brauchst du diese Dinger ähm äh diese sag es nicht Carbon Plate nein nicht Carbon Plate sondern ähm wie hießen die denn? äh Electric Circuit dafür brauchst du auch Redstone ja ja und noch ein bisschen Lapis Lazuli die eine Art und das hat man zu tun okay um ich brauche ich wollte auch nicht mehr schlauze und nichts heute ist mir immer noch ein bisschen rauskommt nicht und mir noch ein schritten dass man eine geile Idee die können wir können schon jetzt machen ich habe dafür braucht man jetzt tun er ist ein paar Stimmen ein Rüstung der Grunde und 2 1 bei Benny Erdogan die ich meine bei Dingslein geschrieben und steht wir haben uns das geliehen so auch wirst du was ist egal als ob der 2 1 und sollte zwar jetzt auch von mir hat redstone ja hier in die 1 aus aber praktisch nur 1 und bei der hat also ich will mir es nicht klar und ich gucke und wenn es geht ich bräuchte auch ein Juli meint mann schlecht so das war dann passt er nur 1 dann passt die war hatten der überhaupt fest und hat überhaupt so auch schon Kompost Prozent oder hat die Lüge zu schütteln da hat er schon so eine ganze große Höhle macht nichts mehr es soll wieder auf denn in einer Runde auf die Zieler aufgängig sind fünf Minuten auf er hat er wieder zu fünf Minuten Parts kommt wenn ich auch die nehmen jeden Tag so viel auf im Wasser und die der den Kuhn vor der Schmerzschule die haben bis jetzt mal ein paar aufgenommen zwei also wir sind bis jetzt heute die meisten die aufgenommen haben ja ja ich brauchte ein bisschen mehr als da unten ich geh jetzt einfach unten buddeln ihr könnt mir sogar noch mal eine ganze Rüstung machen ich hab noch 28 Eisen übrig ich glaub so viel Eisen haben wir nicht aber es ist ja 24 brauchst du für eine Rüstung und also ich hab mir das so gemerkt 24 brauchst du für Rüstung und 7 brauchst du für Tools also alle Tools außer die Hacke also zum Fels machen und das sind also 24 7 24 Stunden sieben Tage also 24 Stunden sieben Tage die Woche hab ich mir so gemerkt Geil ihr habt mir schon gedacht das laberst du jetzt von 24 Stunden also Leute alle mal klatschen Artemi kann sich mal was merken Halt die Fresse Respection hast du gut gemacht Artemi Halt die Fresse und wir sind richtig hallst du jetzt mal deine Fresse es steht und sich deine Mutter ficken halt ich zu füge dich ha ha das hat Römer Eisen Schmier und ä ä ä ä ä ä ä ä ä sind Schaufe da machen wir Eisen Spitzhacker zweite zu die ganze Stand zu tun wird und die 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 Stoffe der Rest und und jedes Bespanns machen ja ich suche ich war ja auch erlebt ich mache auch sehr viel in der die auch ganz fest und so kann unser Haus nicht auch hat unser Text also unterteilt unser Fiete bis Traum aber ein eigenes Fiete bis Traum ja wir haben ein Teil wir haben ein Haus so der Bauch der Bauern als ein Baumhaus richtig geiles Jahr und danach noch so auf dem Boden so mega Labor das aus Prozent die Worte bei mir zur Hölle wo auch schon die ganze Zeit noch an hier alles scheiße man genau da wo jetzt die in der Nähe zu haben wir haben wie lange haben wir habe ich jetzt aufgenommen ab 23 Stock für angefangen ist es schon sieben Minuten auf wir sind ganz in die Folge länger machen wir die erste und später zu kommen es sagt es mir dann wenn dann um genau 15 Euro sind Prozent es ist ein Thema wir haben uns gut mal wenn es schon so das ist echt nicht mehr ich muss jetzt noch mal 10 Minuten auf ich will gar nicht vorgablich sie sind zu langrennen und zu langen hochladen vor allem daran kann ich aber bei mir gesagt haben 15 Minuten und wir sind wenn dann wenn das nicht eingehalten wird also ich bin gleich in irgendeiner Höhle ich sehe das du merkst es tut mir und in der Zeit noch kommt so er hat es sein Mann ich hasse Rändern das sind noch nicht nur bei der Hälfte ich bin schon an einer Wüstung Sieg auch nichts bei dem ich bin schon an einer Wüstung Sieg einfach nicht Höhlen Becken ich habe das Gefühl dass wir auf einer Mega Insel leben ich sehe Lava auf dem auf dem Monitore brauchen die Gehe mit der Mahl-Generatoren das ist versprochen als er muss sich die ich sehe die Strecke die Strecke ich sage die wirklich alle auf dem Minimum zu ziehen ich komme mir ja Kronen nicht und gut und Schwanz können zum Spaß das war noch Spaß sie kennt Spaß er hat er sich nicht mehr gestorben das Spaß das ist lustig das ist lustig aber schon helfen zu retten Prozent ab der Arm und Diamanten findet bloß ein bisschen höher Nr man muss nur den Boden also 2 nein höher also ab 2 auch ab 2 findet man aber meistens nur nur Bad Rock das stimmt Robine an der Oberfläche lol ja Robine Robine brauchen sie doch nicht doch nicht so Ember ich hab ein Ember ah hier ist Robine ich sehe das in die Ford ich nicht was hast denn du drin die Ford bei die Ford da kennt man irgendwie alles außer wenn man blind ist okay ich bin hier ich bin hier 43 was was hast du gesagt war alles gescheitest K oder noch nur an ich glaube ich noch ein Grund Kraftwerke ohne Scheiß was es gibt in die Luft ich nicht wichtig wenn wir den Atomreaktoren wer ja hat er wer der der T8 Uhr Ego Gefängnis 9 und mann ist nicht fertig aufwendet ich mich am meisten auskennen ich bin ja voll der oberfluss hat das erst einmal gespielt okay das ist sicherlich was jetzt selbstverständlich machen die also ich weiß wie man einen baut sogar bis sie nicht in die luft geht das automatisch ausgeht bei einer grabe ist nicht so gut ich habe eine höhle gefunden so gut schwarzen ich habe macht nachts Bock auf eine Höhle also die Höhle hat uns überrascht auch hier sicher ist Rotpilz das ist ja und das ist genau mit dem nehmen mehr er doch auch hat kannst du mitnehmen nehmen mit und dann stellen wir in die Ecke und lachen die Lachen hinaus man hat zu spät nicht verfolgen Fischow ich habe überhaupt was hinten naja du bist ja lustig ja das bin ich wirklich nein bin ich nicht ich bin ich bin noch mehr Urlaub der Kühner so viel Mann ich bin ja ich deswegen bin ich in eine Höhle machen ähm Maxi Begeister Part jetzt zu Ende okay Leute dann war ich auch gefunden Gold danke für zu sehen hat sie möchte noch ein letztes wort sagen die du stirbst hat die fresse ich möchte sagen dass in letzter zeit in die komisch drauf ist nämlich wer und natur klar aber nö ich schon komm schon heilig blöde schwein blöde Samu halt die fresse ich brauche nur noch schnell den kleinen Ticketraum ich sag immer Ticket VTBs Traum voll professionell hier nein das ist hier FDL ich bin FDL für was braucht man ein Lied Ohr keine Ahnung daraus kannst du äh Obsidian Klaus machen Obsidian Klaus ja ich baue Erde mit einer einzelnen Eisenspiele ab Leiter Post und schlau aber da müssen zaubern können oder so wie das Bild Kraft oder zaubern ja ja ich hab so ein Baum gefunden wird der Kiste unten drunter bitte lass dann ein Brotelgang drin sein bitte 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 mit Samen mit Samen Spreusel und Traum mit Vetter Schokolade für AC wie ja auch kommt alter Giftspinn über ein Nein Oh mein Gott das schaffst du das schaffst du ja ich hab's geschafft PORTELGUN! 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 Ohne Mist! PORTELGUN! LOL! Geil! PORTELGUN! Leute PORTELGUN ist am Start PORTELGUN am Start PORTELGUN am Start das schreibe ich richtig groß in der vorne ist auf dem Rhein die Pistachstin die bitte ich will ich sehe ich glaubst du nicht hatte ich noch die Bedeutung die Tänische als es gibt es ist das ist das ist der Gedächtnis der GmbH nicht sich erachtet noch ein bisschen total betrifft es jetzt ist die Tätigkeit Alta die Gäste wie kann man kürzungsvoll ach nicht mehr schlechte der Mann aber und damit würde ich sagen danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal und zwar, wir haben eine Portal Gun geschafft, richtig, richtig geil bis zum nächsten Mal, ciao jo, ciao